Hallo liebe Leute, hier ist euer Dragons AI und wir machen jetzt mal ein Kinderspiel, aber auch so eine Scheiße Garn. Ja, und da grenzt man ein bisschen, das ist halt ein Mädchen, was Granaten und so, Maschinengewehr, andere, also ihre Feinde abschießt. Und es wird halt leicht, mittel und schwer und wir starten jetzt halt gleich. Und jeden Let's Play wird ein Level gemacht. Ja, und Katie ist ja der Kommandant und ihr könnt ihr auch noch die Sprache einstellen, wer jetzt kein Deutscher ist. Ja, ich schätze auch, wir werden weit kommen, aber es nicht schafft, es ist ein Schlimmer. Und die nächsten Folgen werden wir Musik verklassen, weil es die Sound und Musik hier echt unschön ist. Und man sieht ja auch, ähm, hier rechts oben sieht man die ganze Anleitung, ist recht wenig, aber trotzdem so hoch. Denn ich brauche ja, dass man mal einstieg zu ändern. Und dann officers mir ist, wenn irgendwas läuft, mich ist immer. und man ist immer aber meistens Granaten. Ich sehe das ist ein bisschen brutal. So muss ich ohne Fluch passieren. So muss ich ohne Schmerzen durch. So muss ich ohne Flammer fangen. Ja, ich schaffe nichts mehr. So, die Sterne, die Stern! Hopp, ja. Uh, also kommt auf einen Atem schritten aus. Hecken schießen. So, dass wir uns selbst jetzt beschraubt und aus dem Aufnahme dann der Pfeil. So, den Gnitelsitz und Pfeil entgegen, ist das so. ja ok ich möchte verabschiede ich mich bei einem das zu gut haben und kinder Schuss aber egal ich sage noch schaue